Moin Leute, es ist ziemlich offensichtlich, welche Maske ich heute machen werde und sie wird euch am Ende vom Hocker hauen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ich würde mich schon fast Künstlerin nennen. Okay, übertreiben wir deine Lage nicht. Erstmal wird die Maskemaschine rausgekramt, rote Farbe da reingemacht und die Essensfarbe ist übrigens auch zum Essen. Also kann ich die Maske auch eventuell am Ende essen? Na, vielleicht nicht. Glitzer, glitzer, glitzer in die Schablone. Ja, der Filter hat mich exposed. Traurig. Ich habe gesaut wie ein Schweinchen. Übrigens drückt gerne auf Plus und Herz, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt. Ich würde mich freuen. Und in meiner Instagram-Story könnt ihr jetzt abstimmen, welche Maske ich als nächstes mache. Also stimmt ab und entscheidet.